jo leute damit willkommen zu einer neuen folge minecraft neuzeit es ist jetzt schon verdammt lange her dass ich auf dem server war muss sagen das wollen wir mal kurz wieder abfall da müssen wir uns was anderes überlegen sieht zwar ganz toll aus so aber dass sie so rumschweben ist ja warum sitzt eine so hoch an den balken geht das ja noch aber müssen uns noch was überlegen wie wir es am besten machen wie gesagt ich war lange jetzt nicht mehr auf dem server ach du kacke gucken wir erstmal hier was der steven so alles gemacht hat ein riesen reaktor gebraucht okay der meint auch irgendwie wir können jetzt ohne energie aufladen was der damit meint weiß ich auch nicht wird auf jeden fall sein me system überall stehen das ist das interessant interessant auf jeden fall tun wir das kurz mal da rein bin nicht aufgeladen das heißt vielleicht hier ich meine wir haben ja noch genug aber trotzdem ist gerne aufladen stüffler hä wir können es ohne energie aufladen ist ja ruf oder so kurz mal wieder hoch gucke ich mal kurz soulbinder okay davon lassen wir die finger ich habe irgendwie auch noch gesehen genau witter mein fast obsidian das ist es macht mir auf jeden fall angst wir gehen hier mal wieder weg das me system funktioniert auch nicht da will ich mal zum reaktoren gehen und gucken die weltweiter passiert nichts warum passiert die nix wir keine energie mehr haben wahrscheinlich ach steven 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 mal in der perle wo die sound sind aber extrem leise ich habe ich gerade das ist weil der block da ist okay das heißt ich gehe kurz mal in zwei ersten stock und eigentlich wollte ich was machen das kann ich vergessen dass wir keine energie haben ach steven manchmal wichtig am liebsten einfach nur hauen gold ja das heißt der muss ja anzeigen aber wir haben gar nichts mehr ach muss ich mir wieder irgendwo was leihen gehen dritte stock hier ins query dann gleich wieder mal kurz zwei drei uranium falls die was raus geholt hat ich weiß auch nicht mehr wie lange der auf dem server wie ja wie lange der nicht mehr auf dem server war aber gucken wir mal ich glaube dir das auch schon als rausgeholt das ist auf jeden fall ein diamant gold 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 oder so ganz schön ich glaube hat er alles rausgeholt ne wenn ich nicht mehr seine folge gesehen zu haben jetzt haben wir hier schön für dich bringt auch nichts darunter zu fliegen ähm dann hat er dann noch ein 1 2 lächer gucken wir hier kurz ob wir hier irgendwie uran oder jade weit zumindest finden was uns dann auch schon helfen würde ich finde gerade keins okay selbst schon ausgehoben dann kurz in dem hier auf jeden fall apathit okay ich dachte schon so hätte er diamanten liegen lassen was schon mal leben kaputt gucken wir mal kurz hier ist auch nichts super das heißt wir haben jetzt gerade keine energiequelle um das me system zu betreiben finde ich an sich ja mal gerade ein bisschen schlimm hier ist auch nur die die ich ausschlöpfen kann das ist aber schön gebaut habe ich noch gar nicht gesehen ob das noch dazu passt zu da unten das weiß ich ja nicht so ganz könnte er sich eigentlich ein separates haus bauen jetzt will ich gerade wieder nur doof rum me system habe ich nicht irgendwo meine kiste gemacht wo noch ein bisschen was drin ist ein bisschen erstreckt ehrlich gesagt oh man was ist das schon wieder okay das ist der fischer oder ja scheint der fischer zu sein ist ja gut gucken wir noch mal hier unten hier muss irgendwo noch erlo weit geben yellow riete irgendwo bestimmt was wir auch dringend brauchen damit werden ans me system kommen aus euch fackeln dabei aber auch noch meiner perlen perfekt jetzt die turtle mach mal 100 500 hast was zu tun ähm wir haben genug erzter aber bringt mir nichts wenn ich nicht am reaktor dran komme das ist ein system auch steven ohne wirst du es am besten wenn man äh was soll ich nehmen gehört wenn man die uranium und yellow white in eine separate kiste daneben packt hat man nicht es verfickte mal zum folgen anfangen dieses bin hatte problem das kotzt mich immer wieder an weil ich derjenige bin der halt dann kein äh keine energie hat ja ich weiß jetzt jede menge gold aber das will ich ja gerade nicht ach komm ich sterben oder so ähm das war jetzt auch ein computer dran der steuert aber irgendwie scheint das nicht richtig zu steuern und das ist immerhin uran kann man mitnehmen so zack kurz einmal löschen danke ähm gucken wir nochmal weiter ah hi enderman ja du mich auch alter ist jetzt auch gut hier ich habe gesagt ist gut hier ich habe gesagt ist gut leute das versteht ihr da dran nicht ist ähm bisschen yellow white und ein bisschen was ist das äh und ein uran haben wir das heißt wir können damit auf jeden fall kurzfristig an äh ans me system das hier in lorium und uran da wieder raus zu holen das ist schön äh komm weg damit dann gucken wir noch ach equipa dann gucken wir noch mal dass wir schnell jetzt nach oben finden und erst einschmelzen können ah ja ja immer wieder diese probleme am folgenden anfang das kostet einfach so unglaublich viel zeit das ist nicht mehr schön ich werde mir gleich auch das äh dings da rausnehmen äh das hier lorium ach das ist eine wirstbauer äh das hier lorium und dings da rausholen und dann äh äh wie heißt das der kiste machen die da halt dazwischen ist daneben äh damit ich diese probleme nicht immer hab zum folgenden beginnen wohlgemerkt ok geht's auf jeden fall hoch wenn wir uns schon wieder elf minuten verschwendet ja ich sage wohlgemerkt verschwendet ähm so ME System zack haben wir hier noch Öfen bestimmt irgendwo ach na haben wir jetzt keine Öfen mehr äh äh die Krise haben wir hier noch ja Kohle haben wir noch so zack machen wir kurz zwei Öfen das kann dann weg so dann kommt da einmal Yellow White rein und einmal Wuhan einmal Wuhan und dann nehme ich mir halt immer das kann ich gar nicht schmelzen dann muss ich mich überhalten ja gut dann nehmen wir Yellow White die Steine können wir da eigentlich liegen lassen brauchen wir nicht so zack ein bisschen schneller ich möchte heute noch als ME System ich wollte mir nämlich eigentlich auch die Portal Gun hier machen da brauchen wir einen Nether Star für ne Anni das Wölches machen bestimmt haben wir einen Nether Star bestimmt Steven hat sowas ups ups so äh dann gehen wir runter zum Reaktor zack tun da die 3 Elochium rein und gehen dann hoch zum ME System komm schon das muss doch jetzt gepowert werden das soll nicht angehen was sagen die Energiezellen die sind doch alle voll oh jetzt gehts so jetzt kann man sein ME System perfekt dann gucken wir mal was hat er denn so ein Nether Star hat er sogar siehst du mal zack ich mach mir jetzt ne Portal Gun ähm zack wuch äh enderpearlers haben wir den nö dann brauch ich äh ender klar haben wir enderpearlers zack 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 wieviel brauchen wir denn davon hast du nur ein das ist Obsidian Obsidian ja ist ja einfach zack dann brauch ich ähm Obsidian auch wieder ein bisschen was hier so zack 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 ne wahrscheinlich andersrum ne so und so so gucken wir nochmal kurz ach so ok zack das kann da wieder rein dann brauch ich ähm Iron haben wir auch 19.000 von dann brauch ich noch ein Diamant hin tier zack dann brauch ich nochmal ein Iron fuck ich idiot äh ging das nicht so oh ich hab ne Portal Gun und diese Portal Gun kann ich jetzt zum Beispiel mit Steak glaube ich ne kombinieren äh mit anderem Fleisch oder Potatoes halt dann und dann haben wir ähm auf jeden Fall ein bisschen was womit wir rumspielen können haben wir auch wieder was womit wir den Jens ärgern können so apropos Jens ärgern äh wollte ich noch was anderes machen und zwar das hier brauchen wir ne Music Disc und die müssen machen wir Red Combination Cube ok den brauchen wir Red Alter Kompagnon Cube ok den brauchen wir ähm zack dann einmal den kann man gar nicht machen bestimmt kann man den machen ne kann man nicht ok auf jeden Fall haben wir jetzt ne Portal Gun damit können wir auch schon ein bisschen Scheiße anstellen das freut mich äh gehts ja nicht mehr ist ja wurde zugebaut wurde zugemauert ähm dann holen wir mal kurz unsere Steine wieder zack dann gehen wir mal kurz hoch zu unserem E-System und gehen einmal kurz ups Schl Monster Sun Nearby dabei äh äh wo sind Monster wahrscheinlich oben bei Steven ne gar nicht äh wo sind hier Monster bitteschön ach geh mal kurz bei Steven schlafen zack ohne Probleme erledigt äh dann gehen wir mal kurz nochmal das zweite Stockwerk denn ich wollte auch noch was anderes machen eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte äh guck mir mal kurz was können wir hier nämlich noch erforschen ich wollte zum Crafting Table ich wollte zum Crafting Table Arcane Work Table den haben wir ja schon ähm 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 basic activation haben wir ja schon Sinister Load Stone do you follow it äh äh Taumomonikon so ähm machen wir es da resource node und die packen wir jetzt mal die nehmen wir da raus und die packen wir da rein so ähm was waren das jetzt nochmal wie lange haben wir denn noch ein bisschen was Arcane Levitator ähm machen wir ganz schnell noch zack ok Lux Feuer Lux ok ähm war das so ach fuck ich Idiot Lux kommt dahin da kommt Feuer da runter kommt wieder Lux ähm Lux Lux haben wir noch Lux? wir müssen auch noch Lux haben kann es noch nicht sein fuck ey wir haben kein Lux mehr äh Lux Lux war wie nochmal? äh ta 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 hier war das ne zack ach ne fuck hier so R und Ignis okay ähm hier hin dann brauche ich R und Ignis so dann kommt da hin Lux dann zwei Wände nochmal zack zack perfekt jetzt haben wir den auch noch hervorstehen Arcane Levitator und damit können wir auch noch was anfangen das zeige ich dann aber in der nächsten Folge wenn euch diese Folge irgendwie gefallen hat auch wenn es ein bisschen verpeilt war das dann doch noch oben da und schon bei den anderen vorbei ich sag dank fürs zuschauen haut rein bis zum nächsten mal tschüss und bis zum nächsten Mal dass die Folge auch so eins das 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 die die